Red Bull Salzburg hat in der Europa League auch das dritte Spiel gewonnen. Die Roten Bullen feierten am Donnerstag einen überzeugenden 3 zu 0, 1 zu 0 Heimsieg über Rosenborg-Trontheim. Salzburg führt die Gruppe B nun mit 9 Punkten vor dem Leipziger Schwestern-Klub 6, Celtic-Glesko 3 und Trondheim 0 an und liegt vor dem nächsten Spiel am 8. November in Trondheim voll auf Aufstiegskurs. Monaster beobrachte Salzburg nach Flanke des herausragenden Stefan Leiner per Kopf in Führung 34. Hannes Wolff erhöhte nach schöner Einzelleistung auf 2 zu 0, 53, da Böhr stellte per Elfmeter auf 3 zu 0, 59. Für den Israeli war es bereits sein fünftes Tor in dieser Gruppenphase. Salzburg ist nach dieser Machtdemonstration bewerbübergreifend schon 51 Pflichtspiele in der Red Bull Arena ungeschlagen. Salzburg dominiert Rosenborg, die Mannschaft von Marco Rose erhöhte nach verhaltenem Beginn nach gut 10 Minuten das Tempo. Vor allem über die rechte Seite mit dem großaufspielenden Leiner setzten die Salzburger den norwegischen Serienmeister zunehmend unter Druck. Wolf gab den ersten Warnschuss ab 13. Danach blieben auch Slatko Junozovic per Freistoß, 15. und Frederik Gulbranzen, 23. im Abschluss erfolglos. In der 34. Minute durften die über 20.000 Zuschauer aber jubeln, nach Flanke von Leiner Wadabö per Kopf zur Stelle. Salzburger Doppelschlag Noct Rosenborg aus nach dem Torhüter Alexander Weike nach einem Levi-Schuss zur einzigen Parade in der ersten Halbzeit gezwungen war. 36. vergab Hulbranzen zweimal hochkarätige Chancen, 43. 48. Und 40. Besser machte es Wolf. Nach mehreren Übersteigern traf er aus Spitzenwinkel durch die Beine von Torhüter Andre Hansen zum 2 zu 0. Wenig später war für Trondheims großen Star der Arbeitstag zu Ende. Der völlig abgemeldete Stürmer Niklas Bentner sah das dritte Tor schon von der Spielerbank. Nach Foul von Iven Hoflind an Amadou Haidara an der Strafraumgrenze behielt Dabar vom Elfmeterpunkt die Nerven. Salzburg ließ auch danach nicht nach weitere Tore gelangen, aber nicht mehr. Punkt. Europa League, die Salzburg-Gruppe B-Platz-Teamspiele S.U.N. TGDIF P133009369232017436331022313430031430 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017